da sind wir wieder vor der zeit wie versprochen mir ist noch aufgefallen es gibt auch eine ein großes großartiges video ist auf englisch von scott manley der hat das normal toll zusammengefasst mit ganz ganz vielen mehr bildmaterial und so das schmeiße ich auch mal gerade in den chat das kann ich auch mehr bildmaterial mehr bildmaterial und auch karten wo man da was sieht von druckschwankungen und auch ein bisschen was wo man tsunami bilder sieht also von der westküste der usa also da ist tatsächlich ein bisschen wasser reingekommen weil es weil der ausbruch genau passend war mit der flut also mit hochwasser an der westküste aber nicht als es niemand verletzt worden oder so genau so dann starte ich mal das spiel so wo sind wir denn hier da wo ist es denn wenn ihr beginnt da sind viele tabs offen ja nicht nur das so jetzt verschwindet mal kurz hier das ding und ich teile euch genau und da ist das spiel ja ich habe zu viele fans so laden wir waren an dieser an dieser stelle ja sieht nach kalima aus dazu noch erfahrung sagt genau wir mussten was für die batterien ja irgendwas mit batterien was ist du da gummibärchen ja genau wir mussten quasi diesen wandbohrer aufpimpen um da oben zu kommen ja genau und wir waren da irgendwie flackernder lichtbuchstabe hier haben wir was einen flackernden lichtbuchstaben das ist doch was besonderes da können wir ansehen rütteln zerschlagen reparieren ansehen der sieht noch schlimmer aus als der rest ich hoffe das ist kein böses zeichen müssen wir ihn reparieren rütteln ich glaube er hat sich bewegt man jetzt lasse ich doch nicht von einem einzelnen buchstaben verunsichern ich kaufe ein a zerschlagen dieses rote glas ist viel zu dick die konstruktion viel zu wackelig entweder breche ich mir die hand oder salvador kommt nicht mehr zurück hm ach nein das wäre beides nicht nett ok wollen wir ihn dann versuchen zu reparieren wäre er nicht kaputt könnte ich nicht rüber klettern achso vielleicht können wir was benutzen schraubenzieher hm das sollte lieber delvin machen falls das nötig ist mal sehen mal sehen so ein kleines rundes stück glas und leuchtend rot das klappt ja immer besser mit dem bohrer der hat ja nicht irgendwas vom roten filter gesagt ja ein roter filter genau und dann hilft er uns ich habe jetzt einen roten filter rausgeschnitten ich erinnere mich ich erinnere mich nicht wo war ich in der folge salvador war der der sterben musste genau der sagt horst die gerade also der der uns echt immer doof behandelt hat ach so dann geben wir mal die rote sch na die rote scheibe delvin dafür wird er sich nicht wirklich interessieren was gute idee ich tausche den blau filter durch die rote scherbe aus bin ja mal gespannt ob das funktioniert ok jetzt haben wir ok jetzt haben wir den filter angepasst wie komme ich hier wieder weg achso hier unten was hat er denn gesagt vielleicht musste ihm das geben oder brauchte er irgendwas achso ja soll ich nochmal zu delvin gehen ja kommunikation ist alles ja kannst du mir helfen den bohrer zu verstärken den plasma bohrer wieso ich muss mir einen weg in die bibliothek schießen wow 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 das ist gefährlich das ganze gebäude könnte einstürzen ich pass schon auf habe ich jemals etwas wichtiges kaputt gemacht mit einer kondensator membran könntest du die energie zuvor erhöhen leider haben wir nur eine membran und die brauche ich selbst kann ich sie nur kurz ausleihen du bekommst sie auch sofort wieder zurück versprochen das geht wirklich nicht mein farbmodulator spinnt und ich brauche die membran um das energieniveau zu halten sobald das licht nur leicht ins rötliche kippt zersägt mir der pulser die geräte du brauchst sie damit das licht blau bleibt ja genau du hast es verstanden ok dann geben wir ihm jetzt den blauen filter ja kann dieser blau filter die kondensator membran ersetzen darf ich mal sehen das ist etwas äh simpel aber könnte vielleicht klappen fantastisch es funktioniert wirklich hier ich denke du kannst die membran haben aber sei vorsichtig damit das ist ja nur ein netz ähm ja um sie zu benutzen musst du eine energiequelle hineinstecken und es dann an den bohrer anschließen das netz zieht die energie aus der batterie und gibt sie konzentriert an das endgerät ab ich habe eben im lager eine batterie gefunden dann hast du alles was du brauchst ok danke super das heißt membran batterie rein damit jetzt liegt die batterie im netz und dann nehmen wir die an den plasma bohrer so jetzt sollte der bohrer genügend power haben sehr gut okay schießen wir uns jetzt in die bibliothek was was das nicht was das nicht alles äh ausmacht wenn man einmal so ein paar wochen nicht zockt findet man direkt eine lösung Wahnsinn das ist wie bei guten erfindungen so das gehirn hat in der zwischenzeit gearbeitet und richtig diesmal musste es klappen ich hatte das netz mit der batterie und ich hatte das filter modul mit dem roten glas und eine blühende fantasie ich weiß nicht wo sie dieses wissen über laser her haben aber rote laser sind energieärmer als blaue und wie dieses membran netz von ihnen funktionieren soll ist mir ebenso ein rätsel ich habe so viel riskiert um heute hier zu sein und du glaubst ich würde mir das alles bloß ausdenken bist du wahnsinnig wir sitzen in einer ruine und du schießt wände ein die tür ist jetzt auf ja warte mal wie hast du das gemacht ich hab die energiezufuhr konzentriert und die fahrfrequenz mit einem improvisierten modulator manipuliert interessant das ist sogar sehr interessant komm mal her du hast mir gar nichts zu sagen ich will dir nur etwas zeigen also komm her er sagt das in einer sehr unangenehmen Stimme hey was soll das ich brauch den Bohrer noch das ist damit du da unten das Fundament nicht einreißt die membran kannst du behalten und jetzt geh mir aus den Augen ok er hat uns den Bohrer weggenommen ja ich weiß was Horstie meinte mit äh Salvador muss sterben oh und ich muss mal die Kategorie wechseln äh wechseln ähm a new beginning so haben wir die Kategorie auf Twitch auch gewechselt und äh Drogon 30 herzlichen äh ähm schönen guten Abend ne das ist äh keine Kopie von Deponia das ist äh ein Spiel von Daedalic von 2012 das ist vor Deponia gewesen glaube ich ähm a new beginning final cut heißt das Daedalic äh Deponia ist 2012 vom Januar ah ok 2012 also es ist dasselbe Spieleentwicklerstudio hat aber mit Deponia nix zu tun sondern es heißt a new beginning ja das äh also fuck also es ist der gleiche genau der äh gleiche Spieleentwickler gehen wir mal durch die Tür Nigel hallo ja und äh äh Drogon äh ne wir sind keine Spieleentwickler wir sind WissenschaftlerInnen Julia ist äh ganz unten Julia ist Marine Mikrobiologin Inga ist äh BiodidaktikerIn und ich bin Physiker und Biochemiker und bei uns geht es darum ja genau Julia ist Autor und Autorin ja ich mach Kinder Sachbücher und ähm wir reden hier über mehrere Urteine so grundsätzlich aber spielen auch äh Arte Spiele und haben jetzt die ersten zwei Stunden dieses Streams darauf verwendet über ähm CSI Strand also Wahl äh wie heißt es noch Leichenanalyse zu machen Wahlische Rechtsmedizin ja genau wir haben die Wahlische Rechtsmedizin abgeforstet und danach über den Tonga ähm die Tonga Vulkanexplosion gesprochen und jetzt sind wir in der zweiten Phase unsere Streams und spielen ein Spiel weiter was wir seit einigen Streams schon spielen und du findest alles auf unserer Website die ich dir jetzt gleich gleich hier noch schicke wenn du noch mehr wissen möchtest und du kannst natürlich auch fragen so da kommt der Nightbot schon tada wir haben den Datenkristall gefunden genau wir haben den Datenkristall gefunden da was ist erstmal was ist das hier das sieht aus wie das Terminal an dem Nigel hing vielleicht ist es das sogar oh man den Monkey Island habe ich noch nicht gezockt der Ausprall hat es völlig zerstört Nigel kann den Sturz nicht überlebt haben oh hier sind ein paar zerbrochene Platinen ein zerquetschtes Belüftungssystem und ein Chip ich nehme ihn mit vielleicht funktioniert er noch mhm hier ist eine Windsaal das ist das Wasser von den Straßen hoffentlich halten die Wände solange ich noch hier unten bin mhm ah man kann auch unten durchgehen das ist Nigels Kristall er hat sich beim Sturz in den Stein gebohrt ein Kristall ich komme nicht ran ok hinklettern wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren ich bin doch nicht lebensmüde was haben wir denn hier noch was haben wir hier unten Paddel ja das Paddel hat genau die richtige Länge ne ja das Rinsel hat ihn weiter nach unten gespült ok ach Mädel was haben wir denn noch hier Sockel drei merkwürdige Sockel lehnten an der Wand lassen sie mich raten das waren Teleporter sie stellten sich auf einen murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps waren sie auf einem anderen Planeten nein das waren verrostete Regale oh schade ok hier ist ein Knopf der nichts macht nächste hat auch bestimmt noch einen es passiert nichts und jetzt noch wahrscheinlich kein Strom ne es passiert nichts oh da ist ein Steckplatz ein Steckplatz für eine dieser Signallichter ok was meinst du denn mit dass man sieht das Spiel nicht das ist eine Signalleuchte das Naturbefehle verdecken das Spiel ich bin mir nicht sicher was du meinst also wir haben nirgends wo den Spielenamen eingeblendet oder so falls das so üblich ist ja also doch der Spielenamen müsste jetzt wenn du wenn du den Stream einmal neu lädst müsste der Spielename in Twitch auch angezeigt werden so hier unten das ist eine Signalleuchte ja danke an den Chat kein Problem das heißt wir können hier so eine wir können jetzt hier das in so einen Steckplatz ok und was bringt uns das gar nichts ich bin so schlecht mit solchen Spielen ich verstehe gar nicht mehr worum es geht ah wir nehmen mal ein Signallicht und nehmen das und stecken es hier rein es passiert nichts das war ein sehr schöner Versuch vielleicht muss man das auch wie bei so einem tollen Rätsel in der richtigen Einfachung aktivieren ja vielleicht müssen wir uns erst noch weiter umgucken was sonst noch so hm kein Strom Wartungsklappe ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen Batterie da einbauen ja erstmal Wartungsklappe genau das was ich brauche ja 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 das war leicht kein Wunder dass das Terminal nicht funktioniert der Chip ist durchgeschmort und wir haben einen Chip genau entnehmen so kleiner Chip du hast tolle Arbeit geleistet aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen leb wohl so so rein mit dir ach ich vermisse die Tiere und Menschen ständig nur diese Maschinen die sich nicht einmal bedanken wenn man ihnen hilft ok dann gucken wir mal nein geht immer noch nicht hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen ja wahrscheinlich müssen wir unten erst Stroh machen äh und hier kommen wir wieder rum ranke runterziehen ups Inga haut in die Tasten das untere Ende hat sich fest um das Geländer gefällt ah mit der Ranke kommen wir runter ich glaube da habe ich etwas besseres als meine Hände ok da habe ich etwas besseres als meine Hände Messer wahrscheinlich ja ich mache das besser von weiter oben ah hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht uah puh geschafft jetzt muss ich nur noch und höp so viel dazu jetzt muss ich nur noch wieder nach uah rutsch rutsch polter rutsch polter ha au ok wir haben jetzt eine Möglichkeit nach unten zu klettern rutsch naja mal auf ok haben wir hier irgendwo den Datenkristall rinnsaal das ist das Wasser von oben ja kalt irgendwo hier muss der Datenkristall gelandet sein ja 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 hier ist er nicht hier auch nicht komisch ich hätte schwören können dass er hier runter gefallen ist wo hat das Wasser ihn nur hingespült hm hier sind Schaukästen hier sind Schaukästen ha das ist toll man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert als in die Erhaltung des Klimas dieses eine Mal will ich ihnen glauben hm rechter Schaukasten im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise das war eine Schallplatte wissen sie damit wirklich entzückend wie sie versuchen Ignoranz vorzugaukeln Schallplatten gibt es überall das kann nicht ihre erste gewesen sein vermutlich war es sogar die letzte hm so da hinten kann man auch reingehen ok oh ein Getränkautomark Maschine hallo ist da jemand ach ein Nutrimat wusste gar nicht dass es die schon so lange gibt ein Nutrimat das erinnert mich sofort an Nutrias ja hm hm passiert nichts hm das läuft denn da ja das ist ein Schloss ein elektronisches Schloss wie seltsam ein elektronisches Schloss wie seltsam ok äh was haben wir hier ja wow riesige Turbinen ich nehme an sie versorgen das restliche Gebäude mit Energie seltsam dass dieser Raum Strom hat die Turbinen sind doch aus hm lock hierüber hat man Zugang zu den Turbinen na dann oh je das sieht ja kompliziert aus das ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter äh ok die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert und der Schwimmer rechts hat sich bewegt vielleicht sollte ich ausprobieren was passiert wenn alle Lampen grün leuchten ok was können wir hier wir können hier drehen mhm der Schwimmer geht hoch und runter grün ja mhm mhm die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen ah mhm der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen ok so hier grün ja du hattest doch das dritte auch schon grün die ersten drei Schalter ja aber wenn ich geh hier dann geht er immer weiter nach oben und dann springt mir ja genau das Zeug raus ja genau ne aber dann mach doch die ersten drei und dann mach den fünften mal oder? ne und springt auch sofort raus und du kannst sie nur in die eine Richtung bewegen? ne ich kann sie auch in die andere ne 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 ok jetzt hab ich ihn runter jetzt geht's ah ok also wenn ich hier wenn ich hier nach da gehe dann kann ich den einen drehen ah da springt er auch schon wieder raus wenn ich da nach da gehe kann ich hier einen drehen äh dann mach ich den weiter und dann hab ich den grün jetzt brauch ich irgendwas dass er nach unten geht mhm aber ich hab keinen mehr der nach unten geht ich kann also die sind jetzt auf Anschlag ich kann sie nur nach rechts drehen mhm verstehe ähm achso einmal zurück bewegen wenn sie nicht grün sind das geht also so kann ich mhm so 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 den hab ich jetzt ganz oben ich drehe ihn mal wieder zurück und den den auch hab ich irgendwen ah da springts ganz raus ok hier hab ich nicht irgendeinen wo es runter geht genau ich weiß nicht der fünfte ist irgendwie total strange ähm also den fünften krieg nie gedrückt ok wir können es auch überspringen wenn wir wollen aber ähm ich bin jetzt so die hier kann ich gar nicht achso ich kann selber resetten ok ähm ähm der springt lässt mich nie irgendwie was machen der springt immer raus wenn man den zweiten komplett dreht und dann den fünften ja äh den zweiten komplett dreht wenn ich den zweiten komplett drehe dann springt sofort die Sicherung raus wie du siehst mhm also ich weiß nicht was der tut kann ich hier irgendwas ne hier kann ich nichts anklicken äh genau also hier den so runter ist schon mal super aber dann komm ich nirgendwo mehr hin ich muss den so niedrig haben damit ich den hier bewegen kann mhm und die anderen beiden setzen den alle ein Stück hoch sodass ich so und jetzt ist er da oben auf Anschlag ah und jetzt geht der fünfte ok jetzt ist er da unten das heißt der fünfte setzt ihn ganz runter das heißt jetzt müssten wir die hier drehen können und geschafft jawoll wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige sollte es wieder Strom geben puh auch das noch ein Kurzschluss na oh äh hierüber hat man Zugang zu den Turbinen ok dann gehen wir mal zur Panzertür am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür jemand versteckte sich auf der anderen Seite das wussten sie? ich spürte es ja es war die gleiche Person die vorher meine Sonde gestohlen hatte und woher wussten sie das? gut das konnte ich da noch nicht wissen aber darf ich jetzt vielleicht weiter erzählen? ok ich sehe nirgendwo einen Türgriff hier ist das dunkel ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl der Rest ist stockfinster wenn wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte dann wäre es mir lieb er oder sie würde sich zu erkennen geben nein? also gut dann nehme ich jetzt mein Messer und mein mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen ah hier haben wir eine Wartungsklappe eine Wartungsklappe oder sowas ähnliches dann machen wir nochmal auf sie ist zugeschweißt als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert ich schaute durch die Löcher aber ich konnte nichts erkennen eine zweite Sonde wäre da sicherlich hilfreich gewesen es gab aber keine zweite Sonde und wenn? dann hätte der Fremde auf der anderen Seite sie doch auch nur wieder eingesteckt war ja nur so eine Idee ok dann stecken wir mal irgendwas durch Schraubenzieher ach ne ach ne ein Messer ach ne machen wir mal das Schloss auf äh ne sie ist nicht begeistert von deinen Vorschlägen ne ist nicht begeistert von meinen Vorschlägen was mach ich denn jetzt Turbinenkammer können wir auch mal gucken sie laufen wieder mit voller Kraft ach so sie laufen wieder ok ach so er meint er sollst mal einen Schlitz gucken vorm Automaten gibt's nicht es gibt nur Maschine Drogon schlägt vor Taschenmesser für das Schloss normalerweise zieht man hier seine ID-Karte durch der Notrimat berechnet dann den individuellen Tagesbedarf und gibt die notwendigen Rationen aus so bekommt jeder was er braucht ok dann stecken wir doch mal meine Karte rein ne 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 Taschenmesser? Vorschlag auf dem Scher bestimmt nicht ne was haben wir noch? Zeitfunkgerät Seife bestimmt nicht Lampe äh Membran nein nein naja vielleicht sollten wir jetzt wieder ok die Turbinen laufen das heißt da oben ist irgendwo Strom hier hinten blitzelt es mhm Kabel ein altes undichtes Kabel in einer Pfütze das muss der Grund für den Kurzschluss sein ok es läuft hier die Wand entlang und zwar bis bis hier dann verschwindet es einfach Abdeckung die Schaukästen sind hier mit verbunden dann ok äh das ist die Strombuchse für die Schaukästen dann ziehen wir die nochmal ab und schon sollte es keinen Kurzschluss mehr geben ja Problem gelöst jo jetzt haben wir keinen Kurzschluss mehr und können wieder nach oben und hoffentlich den Terminal benutzen ich bin so gespannt hm ja oh je klingt aber nicht gut klingt aber nicht gut guten Abend vielen Dank für die Wartung dieses Terminals äh guten Abend gern geschehen guten Abend bitte fügen sie ihren Datenkristall ein ne Datenkristall ist der können wir mal die Lampe einfügen besser nicht ja der ist runtergefallen irgendwo ne ja 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 ah wir könnten eine Lampe mit der Batterie ne Lampe mit dem bestimmt nicht hm ok wir gehen nochmal runter und gucken an dem Automaten ob wir den irgendwie auflegen achso Abgrund ja wir bewegen uns ganz nah am Abgrund mhm vielleicht sollten wir nochmal nach dem Datenkristall suchen mhm wir könnten sind wir ja die Treppe schon mal hochgegangen ne kann ich gar nicht geht nicht ok ne da hinten habe ich den Stecker gezogen ok das ist jetzt auch vorbei das heißt ja wir machen mal Schraubenzieher Schloss ok der Typ hat wahrscheinlich den Datenkristall mitgenommen bestimmt nicht der hinter der Tür ist ah ne 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 Maschine Schlitz Tommi sagt vielleicht gibt es unten ja noch Lampenslots für besseres Licht zum Datenkristall also das könnten wir tatsächlich mal gucken aber ich sehe hier keine Lampen hier sehe ich nur Rinsale da geht sie da hoch ne ich glaube nicht der Kristall den hat die Person mitgenommen ja der abgehauen ist Moins Jörg Fionana fragt passt das Zeitfunkgerät in den Schlitz mal gucken auf keinen Fall auf keinen Fall und Drogon hat die Batterie an den am Schloss kurz schließen keine Ahnung wie ah ok ich weiß nicht ja ich weiß nicht was ist denn das für eine Antwort ich weiß nicht ok jetzt haben wir das Netz um das Schloss gelegt wie schlau ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen oh mein Gott ne das war eine sehr gute Idee ja und jetzt haben wir keine Membran und keine Batterie mehr wie soll ich das Delven denn nun erklären besser ich behalte es für mich naja wir haben sie benutzt für was sie benutzt werden muss und jetzt macht das Ding auf wir wollen da den Datenkristall ja rausholen äh ich will den Datenkristall auf ja passiert nichts ja liegt da was auf dem Boden Münzbehälter was ist das hey das kenne ich das ist Geld nicht möglich das haben sie sofort erkannt ja mein Vater hatte mir welches gezeigt als ich noch klein war wir hatten nie genau verstanden wie man es benutzte aber bald sollte ich es herausfinden da sage ich nur Day of the Tentacle für den Hamster den Pullover klein zu waschen ja ja leer okay jetzt haben wir das Geld rausgenommen toll jetzt haben wir Geld ja jetzt kannst du den Schlitz stecken achso um denen was zu kaufen das wäre ja lustig sieht aus als könnte es passen jetzt ist es weg ja aber jetzt kannst du was drücken was haben wir jetzt red curry cola red curry cola red curry cola mach dich wach vielleicht kann man da raus mit einem Laser einen Datenkristall erzeugen okay jetzt haben wir typi anbieten hinter der Tür ich weiß nicht vielleicht ist es auch ätzend und es frisst irgendwas es ist noch nicht zu spät sich zu erkennen zu geben weiß nicht ne ne ja ich habe eine Restklappe äh lieber nicht hm tja will ich die Cola in den Terminal reinstecken ne ne könnt ihr das trinken ich trinken ja ja nein es ist schwarz und man kann nicht mal mehr durchgucken hm so will ich das nicht trinken das Geld jetzt eigentlich wieder im Münzfach sehr gut Gesundheit irgendjemand hat leer sehr laut genossen okay das Münzfach das Münzfach hat wir konnten unser Geld nicht zurückgewinnen Annette hat genießt im Münzbehälter ist das Geld nicht gewandert das heißt wir konnten nur eine Cola ziehen haben wir hier noch an der Seite irgendwas wir haben da noch die Wartungsanlage Scheiß Cola ich möchte ein Telefon was möchtest du? ein Telefon Joker manchmal kommst du bei mir abgehackt an ja bei mir auch dabei habe ich das LAN Kabel dabei und direkt ja irgendwas macht dein Mikro komisch ähm so auch wir könnten Seife mit dem Rinnsal benutzen keine Ahnung ob es was bringt aber nein das würde alles bloß schaumig werden ja nein das würde alles bloß schaumig werden hm nein nein ich finde auch die Batterie und die krasse Membran gegen eine Curry Cola das klingt nicht nach einem guten Tausch nee hurry Cola bäh so was können wir jetzt mit der Flasche machen die konnte ich den Typen hinter der Tür nicht anbieten äh hab ich alles mit der Tür probiert die Cola mit Seife ich weiß nicht sie weiß nicht Schraubenschlüssel mit Tür äh äh ja äh Paddel äh Messer äh Seife Zeitfunkgerät hey ich habe eine Verbindung zur Sonde und ah äh ich kann die jetzt steuern ja mhm ua weg aus 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 wer ist da hey ich weiß dass jemand da ist sprich mit mir lass mich in Ruhe was willst du von mir ok ähm wer bist du ja wer bist du wer ich bin weiß nicht wer bist du ich bin Faye gibt es hier noch mehr Überlebende ja viele Freunde ich habe viele Freunde hier Faye hm so wie sie bewaffnete Freunde hat ja 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 ähm was ist hinter dieser Tür was ist hinter dieser Tür das Magazin mein Zuhause hm ist Nigel hier ist Nigel hier irgendwo wer ist Nigel ein älterer Mann mit Bart und Brille erst vorhin er muss hier unten irgendwo sein nein hier ist niemand du sagtest doch eben du wärst nicht allein ich sagte doch hier ist niemand lass mich in Ruhe ich gehe dann mal wieder die gibt es immer so schnell auf ja probieren wir ja ich möchte nochmal hm ok dann geben wir die Cola nee ich weiß nicht besser nicht ich schon wollen wir ihm die Seife anbieten ich weiß nicht alles ich weiß nicht warum konnte ich nur einmal mit ihm sprechen das ist doch scheiße aus der Seife ein Schlüssel für die Tür schnitzen kannst du kannst du nochmal ich kann meine Ausrüstung auch später noch sauber machen kannst du nochmal das ähm gucken ob du die Sonde nochmal ja habe ich gerade also Zeitfunkgerät mit Tür ist ok so hat es eben funktioniert hm hm ich weiß nicht vielleicht musst du auch mit den anderen nochmal reden oder sowas ich weiß nicht ja ich bin ja hier unten auf äh einer Mission soll ich nochmal hoch gehen rechter Schaukasten linker Schaukasten da hinten ist das Kabel äh achso das kann ich nur ansehen und folgen ok das leitet vorerst kein Strom mehr ja hier hinten kann ich auch nichts weitermachen ich kann nochmal hoch gehen stimmt ich könnte in die Schaukästen nochmal reingehen die Schaukästen hier die Schaukästen Taschenmesser nee hm 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 lieber nicht Seife bestimmt nicht nee Paddel nö verstehe ich nicht ja aber vielleicht muss ah ne jetzt haben wir das Zeug ist kaputt also weißt du vielleicht musst du den Bora wiederholen äh den kriegen wir ja wahrscheinlich nicht ne ja weiß ich nicht muss man halt ausprobieren ja Zeitfunkgerät keine Ahnung wie nee ok so jetzt sind wir wieder hier achso wir können da auch wieder hoch das stimmt wir haben jetzt eine Lampe gesammelt hier sind diese Steckplätze ähm hier ist sonst nichts weiter dann gehen wir nochmal hoch haben wir da noch was verpasst achso ne aber vielleicht hast du vielleicht musst du jetzt da was auslösen oder so wasser dann red mal mit ihm sag ihm da ist jemand weißt du ja stimmt äh Bedeutet ihr Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause Wollen wir ihm ne Cola geben? ja mhm das bringt nichts ja ok äh Lampe das bringt nichts mhm oder ich weiß nicht ob Devin uns helfen kann ja ja gucken wir mal Redbeat sagt noch das Paddel ins Rinnseilstoff und das Wasser umgeleiten damit wir unten suchen können hm und die Frage ist kann man ihm den Datenkristall klauen? hm kann man glaube ich nicht aber spiel ihm jetzt mal hast du Durst? kann man das trinken? ich weiß nicht dann lieber nicht hm ok dann Delvin war noch nicht unten der kann damit nichts anfangen achso ähm ok an die Ausrüstung ja dann reden wir nochmal mit dem wie funktioniert die Membran nochmal? um sie zu benutzen musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab ok das wissen wir alles schon ähm können wir irgendwas machen mit der Red Curry Cola wahrscheinlich nicht ne? oder hier oben naja wohl noch nicht dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben wie so oft alles nur eine Frage der Technik ja sind dir die Sachen im Weg? soll ich sie wegräumen? danke aber ich brauche die Sachen später noch hm Mekuni welche Kästen meinst du? ich glaub diese drei Dinger die nebeneinander sind ah die Kästen haben wahrscheinlich auch wieder Strom das ist korrekt danke das stimmt aber da haben wir eigentlich die Lampe schon wieder reingesteckt und es war nichts also versuch's nochmal ne haben wir nicht nachdem der Strom wieder da war nachdem der Strom wieder da war habe ich sie noch nicht wieder reingesteckt ne ne das ist schon ne so Steckplatz und es passiert nichts es gibt drei davon vielleicht gibt's ja es passiert nichts es passiert nichts es passiert nichts ne nope muss mal einen Kurzschluss in Kombination mit der Kuh ja äh Paddel mit Rinsal um es umzuleiten remote schön dass du da warst tschüss schön dass du da warst die Hälse auch nicht mit dem Paddel das Rinsal umleiten ist ne gute Idee verstehe ich nicht verstehe ich nicht bestimmt nicht ja aber wie gesagt der Datenkristall der ist nicht mehr unten den hat der mitgenommen deswegen finden wir den nicht wahrscheinlich wir haben noch nicht probiert die Sockel in irgendeiner Form äh äh mach doch mal auf das bringt nichts doch nö 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 äh doch nö keine Ahnung wie was muss man noch irgendwas von den Sachen kombinieren bevor wir einstehen ich kann mal die Lampe ne 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 auseinander nehmen lieber nicht weiß nicht ach das Rinsal das haben wir vorhin probiert da hat sie gesagt dann ist doch alles voller Schaum äh kannst du hier oben nochmal probieren hm ich hatte eine Idee ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter wo vorher der Kristall gelegen hatte wahnsinn wir hatten es wir hatten es nur unten in unserem Saal da hat sie gemeint dann wird doch alles voller Schaum aber jetzt hatte sie eine Idee sehr gut Fockaffe und da schaumt es Gott dann du die Seife im Rinsal nette Idee haben sie diesen Datenkristall denn so gefunden? aber ja doch der Schaum wies mir den Weg blieb nur noch zu hoffen dass er noch funktionierte der Schaum oder der Datenkristall ich habe den zweiten Datenkristall gefunden kannst du ihn auslesen? bitte nicht schlecht Funke aber du hast eine Pause in den Sand gesetzt der verdammte Kristall ist kaputt können wir nicht herausfinden wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? die Daten sind ruiniert aber der ID Chip hier scheint noch zu funktionieren wenn du ein funktionierendes Terminal findest kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen sein Passwort ist Blaualge natürlich das meinte Nigel die Cyanobakterie ist der Schlüssel gib es auf der alte Mann wird nichts bedeutendes gefunden haben darf ich ihn wieder haben? nimm nur ok wir haben den Datenkristall wir haben hier noch ein Lesegerät das Gerät ist leider kaputt ok dann nehmen wir das unten jetzt haben wir endlich ein Datenkristall und Terminal Drogon äh kann ich dir jetzt gerade nicht sagen wie teuer das ist das Spiel er fragt gerade im Chat äh wie viel das Spiel kostet ich hab's im Sale gekauft für nur ein paar Euro ähm hallo Terminal Datenkristall benutzen nennen sie nun ihr Passwort äh blaualge das Passwort ist blaualge it's a joke Willkommen zurück Willkommen zurück Nigel was kann ich heute für sie tun 10 Euro bei Steam ah ok ja vielleicht gibt's das auch irgendwo billiger ich hab's noch kurz geguckt ja das ist doch eine Persiflage auf den Clip von Microsoft oder? ja ich glaub schon äh äh was ist das hier eigentlich ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern ich verstehe das alles nicht äh ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern natürlich ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern Fehler dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden bitte versuchen sie es noch einmal Nigel hm ich möchte nochmal die gleichen Daten herunterladen wie gestern sehr gerne darf ich sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen danke das ist nicht nötig zu welchen dieser Themen benötigen sie weitere Informationen zum Angebot unserer Cafeteria ich hab doch gesagt zu Vorteilen für Premium Account Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning Angebot äh ich möchte einfach nur die Daten herunterladen was ist eine Cafeteria ein was Account wozu soll das gut sein ein E-Learning Angebot ich verstehe das ganze Blödsinn nicht ich möchte einfach nur die Daten herunterladen Fionanana sagt zwei was ist eine Cafeteria ja was ist eine Cafeteria mit einem Premium Account stehen ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung Wussten sie zum Beispiel schon dass sie als Premium Kunde eine grenzenlose Medien Flatrate besitzen oder dass sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten wenn sie sich jetzt bei unseren Service Mitarbeitern einschreiben erhalten sie einen Quickie Schlüsselanhänger gratis dazu äh quick die Schlüsselanhänger okay äh ich verstehe das alles nicht ich will nur die Daten Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren wie wärs mit einem ausgiebigen Frühstück oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee Nigel genießen sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat Preis okay ähm jetzt weiß ich was eine Cafeteria ist genau ähm wie funktionieren E-Learning Angebote wie funktioniert E-Learning wozu soll das alles gut sein Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning Angebot? brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning Programm Sie möchten also keine Informationen zu unseren Service angeboten und die Daten gleich herunterladen sehr gerne endlich ich lade ich lade ich Vorgang wurde abgebrochen Upload konnte nicht initiiert werden bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points die Mitarbeiter sind alle tot tut mir leid ich habe Sie nicht richtig verstanden bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe es gibt keine Arbeiter mehr Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben tut mir leid ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points ähm ich versuche nochmal die Daten runterzuladen wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden ne wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden ne wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service Points wird Ihnen helfen wir müssen also zu einem Service Point was soll so ein Service Point überhaupt sein unsere Service Points sind alle mit einem blauen Leuchtschild gekennzeichnet schauen Sie sich ruhig etwas um sie können Sie gar nicht verfehlen unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bitte verzeihen Sie wenn es wegen der hohen Besucheranzahl zu Wartezeiten kommt äh ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen wenn Sie länger als fünf Minuten warten müssen bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an toll das ist wahrscheinlich Curry Cola ähm ich habe keinen Durst ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher Fehler Lichtsignal im Regal Defekt ein Mitarbeiter wurde informiert die Lampe im Regal auszuwechseln Datenkristall wird erst freigeschaltet wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit verdammt ja da müssen wir jetzt doch auf die Salve schnitzen ja aber vielleicht reicht ja auch vielleicht reicht uns eine Lampe und die andere wo müssen die denn halt ja so die leuchtet nicht äh nein drei merkwürdige Socke lehnten an der Wand lassen Sie mich raten das waren Teleporter sie stellten sich auf einen murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps waren sie auf einem nein oh scha- ok hier oben sind noch Lampen haaa ja dann ja 400 da sieht es auch schon na so nie auch auf keinen Fall ach come on ne 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 kann sich auf die Seife stellen vielleicht sind die anderen äh wahrscheinlich nicht die anderen Schränke weniger hoch wenn sie rausfahren ja uh uh so so ah der leuchtet ok ok und da ist noch ne Lampe aber ich kann keinen der hm das ist eine Signalleuchte ja ich komme nicht ran ach mh was haben wir denn noch alles kann man sich auf irgendwas die Schaufel die Paddel ein Steckplatz für eine dieser Signallichter Paddel achso ich nehm ich nehm ich nehm einfach das hier ah und ich muss jetzt hier der ist es nicht der ist es das heißt Datkristall oh Wahnsinn jawoll sehr schön und jetzt nehm ich diese Lampe wieder mit auf jeden Fall ja so ach achso den Datenkristall kriege ich da nicht mehr raus ok dann gehen wir wieder nach oben ne so wie es aussieht ach das war gemeint mit den ähm mit den Sockeln damit angezeigt wird welcher Datenkristall es ist ok ok ähm hast du die Daten? sogar die Originaldaten bravo her damit hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück und klappt's? nerv nicht Funker das dauert einen Moment ok komm her Faye das musst du dir ansehen Emilio Indes ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche sieh nur er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut alleine 10 davon standen hier im brasilianischen Dschungel und dann die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet die Auswirkungen waren katastrophal das ist ja schrecklich nuklearer Winter Treibhauseffekt der Golfstrom erstarrte und hier die Pole alles innerhalb von wenigen Jahren hm was war das für ein Foto? die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke sogar noch kurz vor dem Zwischenfall und hier die Internationale Energieaufsichtsbehörde es kam zu einer Anhörung in Oslo hier wurde darüber entschieden ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf das muss es sein Nigel wollte dass wir dort hinreisen zu genau dieser Konferenz kann sein vielleicht aber auch nicht hier steht es sogar die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt weil es keine Alternativen gab denkst du was ich denke? die Alge Salvador ich bin mir ganz sicher diese Konferenz ist unsere Chance wir müssen ihm die Alge präsentieren Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher zu riskant unser Ziel ist Indes wenn wir Indes stoppen stoppen wir auch den Klimawandel egal wie rum wir müssen auf diese Konferenz falsch wir müssen hier hin zum Kraftwerk wir müssen das Unglück verhindern aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern die anderen Kraftwerke Papperlapapp ich habe entschieden wir gehen nach Brasilien geh du schon mal vor zu Delvin sag ihm er soll die Zeitkapsel startklar machen ein Reaktor Unglück? so ein Unsinn wenn es eine Klimakatastrophe gibt dann durch globale Erwärmung konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner nicht irgendwelche Hollywood Szenarien ja konstante Umweltverschmutzung die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt Schwachsinn einfach nur Schwachsinn egal was der Auslöser war mit deiner Hilfe können wir es verhindern wir haben jetzt eine Zielzeit jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel fragt Delvin ob er das Problem inzwischen gelöst hat Leute wollen wir das als Abschluss nehmen das würde ich auch gerne als Abschluss nehmen ich bin müde ja ich bin auch durch für heute ähm aber sind wir doch ein Stückchen weiter gekommen ja ich will mal gerade gucken äh ups so äh 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 noch mal bei der Pupsnase vorbei oder machen wir heute einfach hat sie denn ist sie noch sie 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 striemt gerade ja warum nicht äh muss ja die äh Verbindungen halten ne finde ich stimmt sie macht gerade irgendwas mit Schlaukopf irgendein Quiz spielt sie auf jeden Fall oh wir wollten heute ja theoretisch auch ja hatten wir mal drüber nachgedacht ich speichere erstmal hier äh Spielstand überschreiben ja wohl tschüss arme Cooley schön dass du da warst ja tschüss ihr Lieben schön dass ihr alle da wart ja ja wir ähm wir gehen jetzt wir gehen bei Pupsnase vorbei jetzt kurz und dann sind wir auch im Bett ja Ray ähm wir haben Profis wie wir sind nicht über einen neuen Termin gesprochen oder haben wir schon einen neuen Termin ne ne kommt auf unseren Discord Server ähm den ich hier mal vom äh Nightbot sagen lasse wenn ihr noch nicht auf unserem Discord Server seid kommt auf unseren Discord Server ansonsten sagen wir über unsere Social Media Kanäle und auch auf Discord an wann wir das nächste Mal streamen keine Ahnung in zwei in drei Wochen vielleicht ja dann machen wir hier weiter und wieder mit Themen schön dass ihr alle da wart und jetzt äh äh raiden wir noch die Pupsnase das dauert jetzt noch äh zehn Sekunden wer noch mitkommen möchte der muss da oben jetzt auf Fensterchen klicken ähm beziehungsweise nicht auf verlassen drücken und jetzt gehen wir rüber zu ihr und einen zauberhaften Abend euch allen und grüßt schön bis später rücke zur Vielen Dank.